Ja, weißt du, was wir brauchen? Hatten Sie ein Motto? Ein was? Ein Motto? Nebensmotto? Ja, das ist mein Nebensmotto. Schmerz ist relativ heutzutage. Willst du auch eine Massage? Komm her. Komm her, ich steig dir was. Kann ich mir dir was. Ich steig ein Weichei wie du. Schau her, ich steig dir was. Ich muss nachher noch mal das schaffen, wenn ich dir... Ich kann gute Sachen machen mit meinen Fingern. Ich kann auch machen viele... Ja, bevor das jetzt sexuell wird oder so. Da bin ich auch jetzt. Du warst nicht mehr, wenn ich da nicht werde. Ich muss später hinter mir in die Praxis. Genau. Danke, Herr Marsch.